Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Hallo Guys Sooo Mit der Zeisen Mit der Zeisen So hier Rüstung, hier Rüstung kaufen Hier Rüstung kaufen Und du fucking Noob Hast du was aus der Rüstung kaufen bitte? Ne hier nur Rüstung Ja Ist ja nicht so dass er auch hier Don't stay here B Ja, zähl noch nicht Ach komm Scheiß uns P hat Verkacken Keinen Glock Ja gut ne Was kommen wir? Nichts Als Gegner gibt's Snoop Dodge Der Seize-Hannah-Montana-Webstick Und Tori den Ziko Nichts kaufen ne? Interessant kaufen wieder Nichts mit Rüstung Nichts Ich meine eine Full-Iko Aber die ist echt Nehmen wir eigentlich auch? Ja Entschuldigung Ist das wieder B? Ja Ja Ich bin Ripp Oh Oh lol Jetzt bist du auch Ohohohoho Ich könnte Wend Hilfe gebrochen Zwei Wend Ich bin End-Ripp Instant Come on guys, what the fuck is this? Schön, schön, schön Jetzt bleibt den einen am Wend Ja hab ich Ohhhh AK hat mich gerett War es für 33.1 nur einmal? Butterhauen Butterhauen Nur Rüstung dieses Mal kaufen Give info please Nur Rüstung? Ich kaufe wieder ne Pissl Bollner Wollts mich nicht anleeren Ich kann mit der USP gar nichts Ja Pissl Ist ja noch so halbwegs USP Okay, aber Fabian kauft dich wieder ne Waffe Das ist so Ja, aber wir haben doch gerade zwei Mal ne Echo gemacht Ja, aber die dritte B, B, Einer Die dritte ist halt auch direkt drin Drei Kann ja nicht sein, dass die wieder runter B gehen Halt ab Aber die Pissl ist schon mal wieder drin Komm, komm, komm Es ist 3 gegen 3, mach das Oh mein Gott Lächerlich Ja Könnt ihr dir mal sagen, wo die alle standen? Ich hab das nicht so Überall auf B Ich weiß es nicht Ich hab Ich hab oben rausgeholt Fress nen Headshot von irgendwo Was hätten wir tun sollen, Fabian? Ne Einspielungsrunde Das macht den Reiz Das ist kein Reiz dabei Ich kann nicht mit der M4 Ich kann nicht mit der M4 Gelobt Okay Ich kann nicht reden, schade Jetzt können wir kaufen, naja Ja, wenn man Geld hätte, dann könnte man kaufen Ja, ich hab Geld Ich hab's Geld Ich hab's Geld Ich hab's Steil Ich hab's Geld Ich hab's Geld Ich hab Alles was sind Fotzen so geflasht Okay, ja Nice, Bluff ist ab, K Sag mir mal, wenn da jemand ist, ne? Fabi B M4 geflasht Ich versuch's dir mal zu Haltet die hin, haltet die hin, wenn es klappt, na? Go B, guys B ist die Hölle los Watch out mid Ich hab mich ja dann sofort umgedreht Oh, der geht confirm Ich schüsse mir Sehr schön, komm weiter 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 Auf dem Spot sitzt Uwe bestimmt noch irgendeiner Links ist, glaub ich, einer Echt? Ja, right Links, rechts, überall, wahnsinn Ja, ja Wenn ich mir das Geld angucke, maximal ein MP oder so 94, meinst du? Come on man, what the fuck is this? Bitte? Countersprike Jetzt siehst du, was eine Autoschrotze machen kann, wenn sie B pusht Dann hau rein Scheiße, die jetzt so weg, wenn die nicht Mann, das letzte Spiel auf Cage haben wir ja voll gut gewonnen Sind die wieder B? Jaaa Zwei mindestens Alter, ich, Cup auf Cage glaub ich noch nie gewonnen Kick Instant Kick Instant Kick Ooooooh Session Sag ich doch Was der Push machen kann, sag ich doch Nein Du bist draufgegangen Ja Ja guck mal, was er ich gemacht hab Ne, 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 will ich schon Was steht hier drauf? Nice Shot Wie heißt die? Hat einer die Immigrationskontrolle heißt die Oh leil Mom geht die Kamera Das hat der Typ auch bei Twitch geschrieben Hat einer die AK die Immigrationskontrolle hieß Nein 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 Ich guck mit, ich guck mit, ich guck mit Ja, okay Dann halt nicht Kann ich ja gucken Ne, ne, pass auf Ich guck A Mitte Ah, watch out highway Highway Ich hasse Cage Was, als ob der daneben war Als ob der daneben war Als ob der daneben war Ach komm Session hilft ihm schnell What the fuck was da man? Was da? What are you doing A, B A, B A, B, C What the hell Du musst dich nicht selber schlagen Du musst dich nicht selber schlagen Du musst dich nicht selber schlagen What are you guys ranks? Silver right Silver right Rated in the next Yeah, you will see it after our match Yeah, you can see it, but I want to know now Shhhh Schlitz ihn ab Hier wird keiner geschlitzelt, so we will win this WAH Schlitz UAH Hast du dich verschluckt oder was? Nein I don't think so that we gonna win this clan No, no Der hat ja unsere clan Hat er Lass mal zeigen Ich zeig dir wie es geht Die lebt uns das mal OOOOOO Ich hab den get set Ich hab den get set Was soll ich denn tun? Töten Lol alter Was hab ich die AK von dem grad so weggebacken Nein Ich hab den AK gerade quer das Spielfeld geballert Wo liegt die Bombe? Weiß das einer? VENT 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 Dann müssen wir die AK mit Ach komm jetzt geh doch Hörst du an Die Zeit läuft Ja da war aber noch ne Awe Nice Drei Awe Ich hab keine Awe Naja Einer oben Main Main der hat Ja genau Beweg dich doch Zeit ist zu spät Nein vergiss das Safe die Awe Safe Die war zu langsam Du wirst deine Hände nicht rumschleichen sollen Was? Guck doch nicht Ohhhh Alter Wow Nötig Ja Komm Das wärs jetzt gewesen Promelty Irgendwie nein Ist es halt einfach Irgendwie nein Hey gestern äh letztes Mal lagen wir auch mit neun irgendwas zurück Jetzt gehts hier los Komm Ja aber da war ich nicht zweiter im Team Ja aber ich war erster im Team Ich hatte da vier Punkte oder so Ah ne das war's Mirage Pass auf Flash ist raus ne Sehr schön Interessant B ist B ist einer B ist einer Ich versuch die Sneak Sneak Ich versuch die zu pushen Ja Fabian pass auf Ich versuch die Ich versuch die zu pushen Ich versuch die zu pushen Die Bombe liegt vor B B Ja 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 Das war ein Smoke vom Gegner Cool purple Ja Du warst gut Nein Nein Wände Nein Cool Mute Is not me Is not me Nein nicht mehr jemand über A gucken Nein die Bombe liegt doch auf dem Spot man Nein guck nochmal nach Tristan weil da lag nur Smoke drauf die nicht vom Team war Könnte ich ihn genommen haben weggelaufen sein Geh auf den Spot Fabian Geh auf den Spot Fabian Ich war da vorne jetzt Guck mal auf den Spot Tristan bitte Peter Die Bombe ist weg Was habe ich gesagt Ja die ist weg die Bombe da haben die halt geholt Ja Was habe ich gesagt Und ich werde angekackt wenn ich sage dass die Bombe da weg ist Geh auf den Spot Rechts direkt Gabelstapler Tür ist die Tür reingegangen Ja ich weiß dass er da reingegangen Ja guck doch die Tür Leer Die Fuse ich guck hier Mach weg ιο Werft Tristan Völlig Wöllige jardin Werft Würff heißt das ja Halt Mauer North 環 Komm Tristan legst du mir ne M4 oder so ich leg dir ne M4 auf jetzt kommt die Wester MP 9 erstmal dran du legst mir die M4 S und der AWB MAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN n N N N N B N N N Ja, B ist einer. Okay, dann move ich nicht, wenn du sagst nur einer. Ich hab nur einmal selbst gehört. Da kann nur Flash. Als ob der weiß, dass ich... Als ob der weiß, dass ich hier hocke. What are you doing, Orange? Ich hab einen weggemacht, du Hurenkind, Alter. Leider hab ich keinen... Ruhe, Ruhe. Eins, Maul. Nein, nein, nein. Das sollst du ja grad halten. Der ist letztendlich einmal rumflamen, Alter. Ich weiß ja nicht, wo die sind, ne? Auf Spot ist... Loll. Ach komm, auf den Spot. Spot, Spot, Spot. Nein. Okay, ihr könnt ja callen, also ich mute den jetzt, oder? Ich hab den auch schon gemutet, weil der kriegt den eh nichts hin außer flamen. Ach komm, ich will mir den, wie das ist. Ist ein bisschen gemein. Ich muss ja hören, was der zu sagen hat. Das muss die ganze Welt mitkriegen. Ja, okay, das ist wichtig. Das ist ein Argument, ne? Das sind die lustigsten Szenen immer in Realm of Spice. Schön, Fabian. Verpiss dich. Nein. Ich bin hierhin geholfen. Loll, da war ein Header. Sorry. Es war ein Header. Ja, ich weiß. Er hat sich die Waffe von ihm genommen. Ach komm! Verpo, was are you doing there? I'm sleeping there. Lächerlich! Der wird auf A gehen. Die werden... Bombe, Adam. Pass auf die Schnauze. Die können... Nein, da war noch einer. Ja. WTF? Lächerlich! Schhhhhhhhhh. 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 Hände muss... Scherz. Ich will nicht meine Rang wieder verlieren. Nein, nein, nein. Ja, was ist deine Rang? Ich kann sagen... Ich will dir, und ich werde zwei Männer sagen. Ich will dir sagen. Ich will dir sagen. Ich will es wissen. Aber... Ich will sagen. Geht nicht. Triffst du dann? Ja. At the moment we lead Marcel, but... Nova. Muss nicht mehr. Gold Nova, 2, 1. Gold Nova, 2, 1. Da ist jemand. Ja, das hab ich auch bei mir. Ähm... Mid is one with Orb. Alles klar! Machst du den? Nein. Respekt. Was ist das hier? Wir pushen. Ja. Jetzt hab ich keinen Schaden. Ich hab den Typen noch einen... Rechts! Was machst du? Hinter dir. Ja, da. Häh? Hä? What the f*** are you doing? Ich bin ein bisschen im Wahn. Da hab ich die MP in einen. Ja, trip! Links neben dir! Links! Links! Ich hab ihn noch getroffen. What are you? Orange, Rank, Green and Purple? Wir werden over 1. Was ist der random? Der ist auch over 1. Ich hab ihn looted. Kannst du dir Info geben, wenn du irgendwo irgendwo sterben? Ich würde dich gerne. Okay, ich bin dran. Ich hab einen Plan von denen. Ach, auch noch. Aber Tag 9! Ja komm, die kriegen wir, die kriegen wir. Pass mal auf, jetzt geht's los. Zwei! Mit! Was? Was? Ich hab's rückwinkommen. Nie im Leben. Ja! Wer hat das grad gesehen? Ja! Alter! Ähm, der ist on spot now. Meinst du, es juckt den? Der hat gesagt, wir werden Info geben jetzt. Tue ich auch! Aber es guckt nicht auf B! Komm von beiden Seiten! Fuckin' hell! Fuckin' no! Fuckin' no! Please, camp! Don't rush, please! Was? Im Maul halten, Alter! Please die don't live, please! Und jetzt mit nem' you fuckin' no! 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 Fuckin' darkness, people! Wenn man sehr schlecht spielt, muss man auch mal die anderen unterziehen, das gehört halt. Ne? Wieso muss das als letzter sein? Ja. Und damit ist einer angefassen? Ne? Noch nicht mal letzter. Ja, aber der letzte ist der Wendel. Da dürfte jemand kommen, ne? Boost me hier, Green. Du kannst boost me. Shit, 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 Hilfe, Hilfe, Hilfe! Das... Bombe da! Main, 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 Dis Myers! Niemand! Bitte, bitte, bitte! Der Hustion oder so! Main, 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 Main! Main ist drückt einer! Main ist drückt einer! Auf A sind die alle. Oh! Die Bombe ist aber hier hinten. Scheiße! Das ist die beste Sache, wenn ich dir auch trusslanden ist gut. Nein. Und da habe ich mal eine SIS-Code der letzte Punkt für 5 Runden oder so. Was ist die Bombe? Alter, drei AWP ist ich... Du siehst den Gegner davor, die Bombe lag da, oder was? Du willst mir grad sagen, dass die Bombe da irgendwo liegt? Ja, die liegt auf dem Spot, würde ich mal schwer behaupten. Ja. Und zwar scharf. Jetzt sind scharf, einfach. YOLO. Wer ist rausgekommen? NPK. Yeah, nice info. 3-on-1, wir verkacken's. Ja, Tristan, du kannst es... Ja, stell ich mir... Am besten mit der... What the fuck is this? Wer ist rausgekommen? Junge, bist du dumm. Weißt du, warum gehst du dann die AWP nicht wenigstens saven? Ja, oder? Triff's mal! Ja, das... Das eine war ja No-Scope. Schau wie Maschine. Ey, das trifft man ja nicht zwingend. Pass auf, was juckt mich denn bitte ein No-Scope, wenn du den Rest nicht triffst? So... Nice! Lule! So! Wer hat gesagt, ich kann mich nicht treffen? I don't do Sniper green. I got to get... Alter! Wer hat gesagt, ich treff nicht? Ich hätte eben gesagt, du sollst die Waffe aufhören, weil die besser ist. Warum kann ich Waffen so weit wegschießen? Oh! Oh! Was? Das kickt aufgehoben. Entschuldigung. Der ist da drin! Komm hin! Okay! Warte! Warte! Fuck! Warte! 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 Wer hat grad gesagt, dass du triffst? Wer hat gesagt, der trifft immer? Ich weiß es nicht! Hey, das hab ich nie gesagt! Nein! Ich hab gesagt, wer hat grad eben gesagt, dass ich nicht treffe? Ja! Ja, ab und zu treff ich, weiß ich immer! Aber... Hast du das eben gehört, wo es so laut wurde bei mir? Ich hab meinen Kopf geschüttelt! Aus richtig, weil ich so head banged! Ich glaub, die freuen sich nachher in der Aufnahme. Flash B! Was genau machst du, Luca? Hallo! B! Hallo! Ja! B! Nee! Achten! Ja, doch B! AWP, aufpassen! SG hab ich jemand! Ich dachte, die AWP keine Chance! Ist jemand von euch ferngekommen? Ja! Ja, ich hab ihn! Der war drauf! Aufm Kopf, der Schuss! Pass auf, Fabian! Rechts in der Ecke steht ein Autosniper! Ich muss genau! Warum stehst du denn wieder auf?! Wenn ich nicht gesehen hab, dass ich noch sein muss! Thank you! Finally! Hey, Vanessa ist gut! Comeback is real! Das ist Weihnachten! Das ist in dieser Weihnachtsgeschichte da! Ich weiß nicht mal wie die heißt! Ich hab letztens das Original gesehen! Das ist uralt! Pass auf! Du kaufst dir jetzt! Genau! Das hier! Was ich hier kaufte! Eine Pistil! Und dann eine Granat! HE gleich zuerst rein! Und dann Woods rein! HE flash und so! Hier ist die Flasch rein! Das B geht! Ich glaube, er will Radar auf A machen! Radar! Radau! Nein, nein! Radar! Ich flasch, ja! Piep piep! Piep piep! Oh shit! Ich hab da drin! Ein, nein! Ach soooo! Oh! Fabian, Alter! Ich fletige gar nichts! Was? Nee! Ruhe! Über mir! Hallo! Was? Bleib stehen, bleib stehen! Der kommt runter! Rechts! Ich versteh nicht, warum du jedes Mal steppst! He! Warum hab ich den? He! Warum hab ich den? Warum hab ich den? Das ist? Moment! Wo hab ich denn dazu? Weil du mich mit deiner Heliumgranate halbiert hast! He! Ups! He! 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 Ich bin voll flech! Tut mir leid! He! Die Welt! So wahr wie dein! Kannst du mir die geben, Familie! Kannst du mir die geben! Wenn ich möchtest! Danke! Ja! Warum hast du gekauft? Hm! Ich hab so ne AK von Mighty! Ich hab die, weißt du, bei Mighty im Shop gekauft! Ja! Ich hab die dem geklaut! Weißt du, so hinterrutsch! Mighty von Com slash shop! He! He! Ja! Da könnt ihr meine Merchandise kaufen! Nicht aufstehen! Grün! Alter! Wärst du aufgestanden! Schön! Der hat den! Der hat einen! Jetzt hab ich AK! Jetzt hab ich... Nicht vor mich laufen! Was? He! He! Verzeichnung! Huse! Verzeichnung! Klang eher von Verzweiflung von Elis aus dem Wunderland! Pass auf! Links kommt! Links kommt! Links kommt! Links kommt! Da steht jemand! Geh weg! Nicht! Pass auf! Die Bombe läuft aus! Geh hinterher! Hinterher! Ich folge dir! Wir folgen dir! Ein dass B-Event! Ihr ist egal! Get B-Commanderer! Get A! Hinten das Ding! Wo bist du? Okay, du bist da oben. Äh, da. Da. Er hat ihn ja gesehen, er hat ihn ja gesehen. Main, Main, Main. Okay, Main, Main. Und Leon spürt den Schock in den Adangpüls. Ja, ruhe jetzt. Der kommt mal hin raus. Ich hab ja gesagt, Alter. Ah, so bin ich, da, hier. Bitte, zieh rum, zieh rum, zieh rum. Jetzt mach' ich ne. Push die weg. Schön, nice. Okay. Ah, tschüööööö. So, comeback. comeback, Jungs. come back. Bald ist Weihnachten. Ja. Genau. naa, was wünscht ich dir, so zur Weihnachten ... Äh, ein... Ruhe im Discord! ...berat, damit ich dir den Kopf hauen kann. Wenn ihr Sehgurt! Boah, bitte! Nee, ne Glock gibt's umsonst, ne Glock umsonst! Boah, die SG gibt's nicht umsonst, ne Glock umsonst! Oh, da sind wir hier. Wollen wir uns mal ankündigen. Shhh, ich versteh nicht, warum ihr immer steppt, ne? So, ich mach'n Glock, gib aber eh. Hahaha! Komm, Tristan, komm zurück, komm zurück, komm zurück! Ich geb' dir, ich flasch' raus! Uts! Ich hab' die Bombe! Ja, du hast die Bombe, deswegen sag ich doch, komm zurück! Stefan hab' ich die Bombe! Jetzt hat er die Bombe nicht mehr. Da dürften aber noch ein paar... Einer ist... ...deu! Lächerlich! Hallo! Kann sich auf meinen Kopf stellen. Oder jetzt nicht mehr. Ich hab' kein Bock mehr. Konaktor 1! Hast' Connector auf dem App? Schön! Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hab' ich auch keine Ahnung. Sehr schön. Der Typ wird langsam gut. Ja, der macht mal was, ah? Er will das Comeback. Stay here, stay here. Fabian geht auch... Da, oder? Alles gut. Der sollte einfach nicht draufgehen, aber dann hat sich das Bug geminnt. Go away, maybe. Mein oder? Ich geh' Main. Ich bin Main SG-Spieler. Pass mal auf, ich mach' nochmal... Ich mach' nochmal ne Smoke hier. Ich weiß nicht mal, wie die geht. Guck mal, guck mal hier. Ich muss hier hoch, da... Komm' ich hoch? Ah! Jawohl! Oh leil! Hat's geklappt? Ist jemand mit dir, der gucken kann? Ich geh' nicht mit mir! Quiecht's Tür? Die sind an der queecht. Wann, Konnektor? Was ist der Konnektor? Das ist der Konnektor! Nein! Main, Main 2 Einer ist am K Nicht aufstehen Lukas, niemals aufstehen Lukas Hab den am K Von hinten irgendwas? Nein, ja Noch einer Sag ich doch zwei Main MVP Ich wusste gar nicht, dass man sich auf den Container boosten kann Klar Oh, oh Okay, ich kaufe mir einen AVP Ich treffe zwar im Prinzip gar nichts, aber ja Na? Komm Hey, wer kommt hier hin? Ich hab die Bombe da jetzt hoch Naja, er meins Das ist ein Witz, dass die Bombe da hochfällt Wenn er da stirbt Und nur noch ein anderer jetzt übrig ist Oben einer Nice Nice Tristan, nimm mich oben Oben einer Lukas, oben 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 Ah, ich weiß, dass das Connector ist Nice Ach komm, ich hab viel zu lang gebraut Viel zu lang gebraut Das ist nur die Bombe holen Ich geh die Bombe nicht schulden Ich bin euch behindert Hast du den? Schön Ich geh die Bombe holen Bei einer P Ich geh die Säure um oben Ich geh die Bombe holen Diesen Beide auf B Äh Beide auf A Dann G auf B Dann G auf B Ja Beide auf A, dann G auf B So Ja, mach ich doch Schnell, 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 schnell Kommen wieder Konzerne oder da? Du gehst planten, du gehst planten Ich Wir sind selbst schon da Pass mal auf, ich muss mich so hier positionieren Ja, oben drin Ja, oben drin Nie im Leben, komm, der war doch What the fuck Wir waren der Wand Wir waren der Wand Really, Nigel? Hier ist mein Nigel Ich kann nicht mehr Ich kann nicht mehr Die Ruletten haben müssen Gobi, Gobi Wir haben sich so abgefragt, oder? Gobi hat er gesagt Ja, lass mal Gleis 9 3 Viertel benutzen Lass mal A gehen Gleis 9 3 Viertel Da sind wir direkt auf B Gibt ja Bomben und sonst Kultur Digo 84 Vor Was? Wo war der, der sie um Genietet hat? Oben, 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 oben Der Wo 本当 Desk 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 Jof, soll ich denn noch sein Kopf treffen? Ja, 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 der hat er gemacht. Den nimm weg, den weg. Den Wend. Ja, aber immerhin haben wir jetzt als T übel aufgeholt, das ist halt... nice. Wow. Ja, wir werden noch eine Messer hier. Das ist nicht so sinnvoll. Okay, ich bringe jetzt BOSSTU und Gobi, okay. BOSSTU. Gut, dass die Bombe A geht. Ich geb die Bombe jetzt, äh... Team? Mit. Ja. Warum gibst du mir die? Bist du blöd? Ja. Ich mag es ja nicht. Oben, oben. Habt ihr den, habt ihr den, habt ihr den? Nein, aber nicht. Ja, ihr steht schön hintereinander. Einen Klick, ihr seid alle weg. Das ist mein vollkommener Ernst. Ja. Ich weiß, wenn ihr zweimal klickt. Dann seid ihr auch alle... Warum hast du mir die Bombe wiedergegeben? Du Kennedy. Du Kennedy. Kennedy hab ich... Ah, das ist noch B von dir. Okay, weg hier. Highway, 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 bitteschön. Highway. Loll. Den Schuss hätte mal einer sehen müssen, der war nicht... Ich hab den gesehen. Hast du das gesehen, Lukas? Krasser Scheiß, wa? Ja, der hat den nachgezogen, was ich glaube. Aber trotzdem krasser Scheiß, Digga. Ja, der war schon jetzt. B ist jetzt frei. Wo ist der? Ja. Ja, von wegen ist frei. Weil der ist hinter mir. Oh, der ist oben drin. Okay. Kommt Jungs, komm weg. Boah, jetzt hätte er abgedrückt, wa? Ja. B. A. Okay. Wart denn jetzt? A, B, C. Kann mich mehr boosten, bitte, Lukas, kannst mich boosten? 1, 2, 3, A, B, C. B. 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 Hörtt noch A gehen. Ich hab B gecallt. Ja, ich hab A gecallt. Was willst du? Schleifte Anti-Mails. Immer diese Anti-Mails, ey. Lukas. Oh Mann, hier ist schon einer drin! O.F. Fabian! Ja, Fabian, das ist sehr schön. Guter, guter Cover. Was ist da? Ja was? Ich war hier noch nicht. Ich hab hier noch erwartet, dass du hier sitzt. Ich hab hier noch erwartet, dass da wer sitzt. Ich kam so und von hier habe ich ihn endlich gesehen, als ist er viel vorgerand. Pass auf, von hinten. Pistol! Nein, der ist oben drin. Da kam noch einer. Wie viele denn noch? Wo? Hinten. Wo ist der andere? Wo ist der letzte? Ist der oben down oder ist der oben? Der hat den. Auf die Frage, ist er oben down, kann ich dir sagen, ist er nicht. Habt ihr genug, Avi? Peace, ja. Ne, ne, ich nochmal so 3-4. Ah, so 3-4 ist Durchschnitt bei uns, ne? 3-4 AWP. Ich glaub, Malcolm ist weg. Ja, ok. Jetzt hab ich die Wur... Ist ja auch schon spät. Schön, nice, nice, nice. Du dreht langsam auf. Das war schlecht, der Wurf. Hinten wir. Schön, sehr schön. Ähm, Lukas, ich mach die Tür... Hä? Ich hab einen erwischt? Ich war in ner Blendgranate. Ich hab blind geschossen. Einfach so rein. Ist ein freier Spot. Ich hab einfach so reingeschossen, wa? Ich feier Auto aus. Ich feier Auto aus. Es tut weh im Ohr. Ich schrei doch gar nicht. Ne. Ne. Nein. Ich freu mich nur grad, dass ich wieder so'n totalen Lucky Shot habe. Oh sorry, das ist die Maid. Sorry, ja, 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 ja. die mann wenn du mich erschießen bin ich tot aber ich feiere das gerade so weißt du ja bei dir sehe ich den Orangenen Händerschläge Nein, damit du tot, weil ich über den einen schoss Scheiße, wo? unten bei B aber ich hatte die Blendgranate geworfen, habe einfach reingeballert ja, ich war geblendet, aber so viel Hex, ganz viele Hex Gobi B, du möchtest, dass ich B gehe, okay ich nehme die Bombe über die Punkte ist das okay, B gehen? nur Gobi okay, B also B hat er verstanden, den Rest nicht aber ich feiere das gerade so, wa? ja hab ich noch gar nicht bemerkt, dass es feier ist irgendwie in der Hand ja, wir blenden, weißt du weißt du, ich stand hier ich stand hier, werd geblendet, ein Baller einfach und schöner Flash oooh ja, die war besser das könnt ihr alle nicht shit, die ist nicht reingeflogen das übe ich alles noch okay, ich flash und wir gehen ich flash und wir gehen rein, okay? rein oben, oben und hinten durch lock mich nicht hinten durchs von hinten von hinten von hinten, der ist low what the fuck ruhe, ruhe, ruhig mal ich versuch mich drum zu ich versuch mich drum zu kümmern hast du den? schön ja einen nur noch oben, oben 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 drin, ja der kommt raus NICE 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 come back man come back man so jetzt verlieren wir jetzt, hat er's gesagt do somebody need this, something something 16k und WP Lukas, AK, da, bitte ich brauch kein AK, ich hab die weggeworfen noch zu sehen dann nimm die AWE nein, ich will die AWE haben, ich dachte du willst keine AWE machen ja, zwei, 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 zwei ja, so kann man tell me I don't know I go A I go A ich hab den AK hier weggeworfen noch NICE ne, ich bin nicht gewusst natürlich ok, komm A, komm, rein rein? ich, ich flash raus ok, du läufst Lukas hat sie zu Counter-Strike eingeladen warum lädst du mich zu Counter-Strike an? oh, die Flash war Hammer, NICE, oder? ey, gab es Stapler wir dürfte gefressen haben hab ich den, hab ich den, siehst du das? ja, hab ich ja Splend hinten Auto, Auto steht da, Auto steht da Auto steht da Car, Car, Car oh, Tristan, der hätte auch den Kopf sein müssen NICE also, hätte auch müssen, weil der war drauf, aber uuuuuh wo war der gerade? NICE der war mitten auf dem Spot gerade thank you very nice NICE er ist so fett, weil es da immer ge-smoke ist äh, ich kann kein Deutsch mehr aber wir liegen doch alle relativ nah beieinander außer Fabian, der ist grad der ist bisschen weiter vorne der ist, der ist so wie immer diese, immer diese Flüchtlinge, die kein Deutsch können haha das wäre so eine Lache Immigrationskontrolle, sag ich nur hat die einen aufgehoben? ich hab mich nur an so eine Unterhaltung erinnert ok, Fabian, das kann ich nicht hier sagen Danke, wer auch immer vor mir stand Danke, Tristan ja, tut mir leid, dass ich auf die geschossen hab Fabian, erinnere mich nachher dran, dass ich dir noch was sagen muss sehr schön, Leute oh, Car, das war eigentlich in der Sack oooooh der schuss gerade im Sprung, mit der Arbe wieder mal na, die ist die Spielungsschlumpf go, plane, komm mal der kommt da grad raus der kommt da grad raus uh, der hat gefressen der hat gefressen der hat gefressen nice mit der Glocke, das ist klar oh, Tristan, wir gehen richtig übel negativ raus es sei denn, wir machen jetzt noch 5 Stücke go where now be or a der negativsten also, dass wir das noch gewinnen, ja das ist ein heftiger Comeback wenn wir noch gewinnen jetzt hat er's noch mehr gejinxt ja, ich wusste nicht keine Sorge ich wusste nicht, ich wusste nicht ich wusste nicht, ich mach das gejinxt, alter ich spiel mir jetzt wieder LOL hier ja, lass ne Runde LOL spielen dann warum wirf denn dann einen Molotow hier oben aufs Dach ähm, der Molo sollte eigentlich durchfliegen aber Lukas hat mich gebraucht immer auf die anderen schieben okay, Leute hier ist frei ich blente nein, irgendwo ist der auf Highway oder so nein, aufs Dach Leute, der ist schon durch der ist schon durch hinter euch du hast noch das bleibt nicht die legt die Bombe, die legt die Bombe, Tristan ein Glück, dass ich nur Blödsinn machen kann und man das auf Youtube sieht ähm, warum? er hättet mich aufnehmen lassen sollen ich mach voll die geilen Moves ich hab den einen durch die Blindkant das hättest du mal sehen sollen das hättest du mal sehen sollen du hättest, kannst ja aufnehmen, wenn du hättest hat dir keiner verboten oh, der hat mir gegeben von wo? von K K K K K K K explain nein just survive just survive neiin 2 vs 1 2 vs 1 2 vs 1 2 vs 1 CO2 ột come on, lets do the draw somebody needs to drop I have 16k ich wenn du die Rufe was? ich ruhig in die Decatur k ja wenn wird auch mehr bekerter vor der Bewertung ja aufbietig voll zu connecten zu connecten wer das seht das connector ja da hinten Pro um du als City-Mitte-Camps, weißt du? Ja, ja Wo? Wo? Eine oben, eine unten Lass, wechseln Wir kommen, wir kommen Da kann ich nicht mehr rufen Äh, watch out from behind, behind behind Wollen wir jetzt hier pushen Ich geh über Main Ich mach das über Main 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 Hast du geschossen? Nein Dann hockt dann AWPK, ich planter AWPK, sagst du? Ja Nice Ich fühle dich mehr Ja ne, ich wollte einfach nur die Nade werfen Ich weiß nicht, ob ich den Ich guck mal, ob ich den getroffen hab In Punkt 2 Nein, schon wollte ich ihn getroffen So gucke 18? Oh doch, ich hab ihm 18 in 1 gegeben Ehrlich Gibt es Englische Koken in Deutschland zu kaufen? Das stimmt Ich guck gleich nach Schenke ich dir einen zu Weihnachten Leute B, Leute Was macht ihr denn? Wie gesagt Schön, schön, schön Wenn der Mantena liegt am Boden Die macht kein Konzert mehr heute M- melon constituents Krause Direkt volle Macht das Ihr macht das, ich vertraut euch Schön, der hat voll aufgedreht der Typ Ja, ist doch bitte. Der ist schon zweiter. Einer ist Connector oder wie das Ding da halt. Ripp, der ist Ripp down. Pass auf, von hinten oder so. Ja, von hinten. Ja! Cool job guys. Cool job, GG. Nice comeback man. Oh, ich hab ne Borel Forest. Ja, nice. Hast ein M4-Scan. Haben die Gamble? Nein, die ist zu billig. Best Team ever. Ja, wir sind das beste Team ever. Wir sind eins, drei, vier, fünf und... Tschüss. Willst du weg? Nein, ich dachte die Aufnahme beenden. Ach so. Gibt's auf diesem Kanal nicht. Das wär zu qualitativ. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Ja, tschüss.